Willkommen zurück zu The Evil Within. Wir hocken hier mit unserem Kumpel in der Kanalisation im Keller der Nervenklinik, in die wir hier eingedrungen sind, weil wir sind ein Polizist und hier kam irgendwie ein Notruf und guckt euch das mal an und jetzt sind wir hier und wurden am Bein verletzt und deswegen humpeln wir jetzt hier durch die Gegend. Und ja, so, wir haben auch ein Inventar, was ich gerade nicht aufrufen kann. Ich würde nämlich nochmal gerne einen Blick auf diese Karte da werfen oder was auch immer das war, was wir da aufgenommen haben. Aber gut, ich würde jetzt am liebsten erstmal so eine Art Medikit finden, bitte. Gehen wir da durch die Tür. Ah, da sind Kitter, ja. Okay. Ja, Verzeihung. Ist ein bisschen dunkel. Ist das da noch eine Tür? Da kann ich... Nein. Was ist hiermit? Kann ich auch nichts machen. Da, das glänzt. Damit kann ich was machen. Okay, ich kann dagegen drücken und es einmal rascheln. Wenn ich oft genug da dran raschle, da kommt bestimmt jemand zu Besuch. Mit Sicherheit. So, ich glaube... Da, das Tor, das kriegen wir auch nicht auf. Okay. Gehen wir wohl hier weiter, ne? Hier ein paar Schränke, flackerndes Licht. Da ist dunkel. Okay, ich gehe mal gerade hier an den Schrank, wenn ich darf. Nein. Hier an den Schrank auch nicht. Cool. Dann ab in die Dunkelheit. Okay, eine Wand. Naja, dann gehe ich mal hoch, ne? Also, ähm, dieser Zettel, den wir da gefunden haben, bei dem Kumpel im Rollstuhl, da stand ja, dass wir hier diese Leiter hoch sollen und dann ist da ein Aufzug, der uns nach draußen führt. Und, äh, dann sind wir draußen. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Das ist zumindest, äh, der Plan. Aber ich befürchte, irgendwer oder irgendwas wird das verhindern. Hallo? Keiner da? Psst. Sonst verrätst du dich ja noch. So. Geh mal erstmal hier gerade an den Computer. Mal gucken. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr aus dem System, das beginnt. 13.15 Uhr Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agentsammeltaten. Das ist ja wieder super, ne? Dass da, dass da wieder so Experimente durchgeführt werden. Das ist, ach, das ist herrlich. 13.30 Uhr Anomalie tritt auf. Nicht weil Proband. Stehende Kraftberichte über Unwohlsein. Anschließend kommen aus Unbekanntengründen. Arzt und 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 Arzt. Also, wenn Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander zu sein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik. Ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnlehrer zwischen Probanden und 14 Kronen. 14 Uhr, er, dieser Mann ist aufgetaucht. Und wie Flur haben wir jetzt? Okay, den Computer kann ich nicht verwenden. Ich finde hier unser lieber Herr Detektiv, der kommt mir manchmal unkomfortabel nah. Da sehe ich sehr wenig von dem Spiel. Da ist mir fast so eine Ego wie bei Amnesia lieber. Aber ist schon in Ordnung. So, was können wir denn hier machen? Einmal nichts. Okay. Dann drücken wir mal da auf den Knopf. Genau. Schön. Aha. Ach, ich liebe lange Flure. Ist hier ein Medikit dabei vielleicht? Warte mal. Ah, ich dachte gerade, das leuchtet. Ach komm. Ich laufe einfach mal. Wenn wir erschreckt werden, dann ist das so. Ja. Wir wollen ja auch fertig werden hier. Wir haben gerade erst angefangen. Zweite Folge. Okay, da haben wir schon mal ein Bett. Das ist schön. Aber ich kann hier nichts machen, ne? Nee. Gott, der arme Kerl. Ich glaube, das Bein, das muss bald amputiert werden. Entschuldigung. Ich suche ja immer noch durch diesen Aufzug, ne? Immerhin ist die Stromversorgung noch gesichert. Wieso muss ich X halten? Wieso muss ich denn gerade X halten? Ja, ja, ja. Schlimmer. Und dass der einfach so da reinprächt in diese Räume, das finde ich auch sehr unhöflich. Können alternative Steuerungen ausgewählt werden. Ja, herrlich. Wofür musste ich da das X halten? Damit ich weiß, wo der ist? Oder drücke einmal ein X um eine Tür langsam zu öffnen? Drücke mehrfach hintereinander, um sie aufzutreten. Gut. Gut zu wissen. Schön. Ja, alles klar. Also da haben wir schon mal einen Kollegen. Wo auch immer der herkommt. Ja. So. Äh. Ja, also ich versuche einfach mal weiter zu gehen, ja? Aus der Tür. Ja. Ah. Warte mal, kann ich hier... Ja, da mach. Ja, da mach. Ja, da mach doch. Ja, da mach doch. Ich drücke doch R1. Du Hund. Mann. Jetzt rennt er hier wieder die Türen ein. Oh, nicht. Ich höre mein Herz. Schön, dass das noch funktioniert. Hi, Schnucki. Suchst du jemanden? Ich glaube, der ist ein bisschen wütend. Oh, chill mal. Oh je. Hoffentlich geht ihm irgendwann mal das Benzin aus. So, mal gucken, was der hier angerichtet hat. Och. Ich hab gedacht, der hätte hier ein bisschen mehr gewütet. Aber gut. So. Aber schön. Schön, dass er seine... Seine Motorsäge dabei hat. Dann verrät er sich wenigstens. Wenn er kommt. Ja, toll. Ja, das ist ja herrlich. Also, wir werden wahrscheinlich den Rest des Let's Plays hier in dem Spind verbringen. Scheiße, wie der abgeht, ne? Ich hab das Gefühl, wir müssen früher... Also, wir müssen raus, ja. Na dann. Komm mal her. Liebchen. Bist du denn du? Da. Jetzt haben wir eine Flasche jetzt. Jetzt können wir uns besaufen. Ja, chill mal, ey. Können wir die jetzt angreifen? Lauf! Yay! Wenn wir das oft genug machen, ist der bestimmt irgendwann tot. Hey, er hat ein Problem mit seiner Kettensäge. Cool. Ha! Hätte ich da vielleicht nochmal... Ich weiß es nicht. Manchmal ist Wegrennen die beste Strategie. Ich hab's versucht. Vielleicht sollte ich mir ein anderes Versteck suchen. Ach, Mann! Also, daran... Daran müssten wir uns gewöhnen. An das Sterben. Ne? Das... Das scheint hier in Mode zu sein. Nahkampfangriffe, die in erster Linie der Verteidigung und sollten nur im Notfall benutzt werden. Ah. Okay. Schön. Alles klar. Ne, cool. Weiß ich Bescheid. Also, wenn wir dem da das Messer in den Rücken rammen, da haben wir auf jeden Fall erstmal einen Moment Zeit, ja? Der dreht sich jetzt um. Ja. Ähm. Nur, wohin laufen wir dann? Vielleicht nach links? Vielleicht... Vielleicht, äh... sieht er mich ja da nicht. Oder geht dann in die andere Richtung. Die ist jetzt raus? Ne. Gut. Ach, Liebchen. Du bist ja schon irgendwie krank, ne? Guck mal her. So. Jetzt hole ich mir hier wieder die Flasche. Wer weiß, was ich damit machen kann. Tja. Ich glaube... Oder ich glaube, ich... Ich lasse ihn einfach mal da ein bisschen wüten, ja? Ja, solange der hier in dem Raum bleibt, ist ja alles... Ist ja alles in Ordnung. Er darf mich nicht sehen. Ja. Du Witzbold. Wieso sagst denn du das eigentlich? Kannst du dir das nicht denken? Wo ist er? Ach, der ist schon wieder draußen? Tja. Hihi. Der ist ja aus seinem Kämmerchen rausgegangen. Was soll denn das? Er kommt auf unseren Spinnen zu. Also der wird uns wahrscheinlich das gesamte Spiel über begleiten. Das... Das finde ich schön. Och, ja geil. Der kann ich ja gar nicht durch. Ich muss da wohl da rechts daher. Nee, noch nicht. Warte. Jetzt. Ups. weiter. Weiter. Einfach weiter. Noch eine Flasche. Oh fuck. Boah. Alter. Gehst du mir auf den Sack, ey? Boah. Gehst du mir auf den Sack, ey? Boah. Boah. Alter. Gehst du mir auf den Sack, ey? Kannst du nicht einfach verschwinden? Alter, geh doch einfach weg Ich hab das Gefühl Ich kann mit der Flasche den vielleicht Irgendwohin locken Aber wie ist die Frage, ne? Ah Ja, ja, komm, chill Mach die Tür auf Ich würd mich gern hier irgendwo verstecken Ja, herrlich Herrlich Lauf Ah, du Dappels Komm, da ist gerade der Aufzug auf Das ist der Aufzug, den wir suchen Ja, lauf! Ja Bis dann, wir sehen uns Aber der kennt sich doch wahrscheinlich hier in dem Haus aus Der weiß jetzt, wo der Aufzug hinführt Und wo ich hinfahre Wo der hinfahren könnte Oh, immer noch ein cooler, hä? Habe ich da gerade Schritte gehört? Ja, okay, also das haben wir ja erst mal Oh, Musik Bethesda Softworks Presents Tango Gameworks Production Jetzt sieht alles noch so schön idyllisch aus Das ist ja gut, auch nicht mehr, aber Mit der Musik, ne? Da sieht das alles einfach so So harmlos aus Oder harmlos sehr, ne? Ja, okay Brennende Tierköpfe Sind jetzt nicht unbedingt beruhigend The Evil Within Okay Jetzt scheint das erst so richtig loszugehen Ähm, ja Schön Cool Das freut mich So Haben wir jetzt erst mal unsere Ruhe? Oh Und mein Bein ist heile Das ist cool Ich freu mich ja, wenn ich Irgendwann jemanden Freundliches treffe, ne? Aha Guck mal, wie der jetzt schwindet Wieso, 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 wieso läufst denn du? Wieso, wieso läufst denn du? Vor allem wohin? Oh, falsche Richtung Dahin wollte ich So Ich verpisse mich einfach raus hier Was haltet ihr davon, hä? So Gut Das war's ja schon Das ist toll Äh Yay Ein freundliches Gesicht Kommt schon What the fuck? Ah, da ist wieder Da ist wieder Der Assassine Oh, wer ist das denn? Ist nicht mehr rausgekommen Hätt noch gewartet Aber Bitte Beruhige dich Leslie Ja, Leslie, beruhige dich Beruhige dich Beruhige dich Leslie Beruhige dich Leslie Aber dann geht er ab da Wir können nicht mehr zurück Ja, dann gib Gas Aber finde ich ja schon mal schön Dass das Spiel nicht nur in der Werfenklinik da stattfindet Ich hasse nämlich Nervenkliniken Die Lauer spielen Das ist nicht schön Du bist ein Geisterfahrer Weißt du schon, ne? Ach ja Okay Scheiße Was genau passiert hier? Ja, cool Das erinnert mich an einen Film Aber ich weiß leider den Namen nicht mehr Verdammt Sind wir komplett abgeschnitten Die sind wohl alle tot Alles okay, da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut 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 Das wird es, wenn wir erst weit weg sind Gut Ein wenig weiter und alles wird gut 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 Fallen Fallen Aha Sie sieht aber nicht sehr gut aus, aber... Hahaha, geil. Also, hier heißt es nicht irgendwie Kapitel 1 bestanden oder Kapitel 1 gewonnen, sondern Kapitel 1 überlebt. Woo! Hahaha, alles klar, schön, freut mich. Spiel speichern, ja bitte. Neuer Speicherplatz, ja bitte. Schwierigkeit überleben, ja. Wunderbärchen. Ähm, achso, ja, ja. Achso, speichert gerade, okay. Gut, ich dachte, ich müsste noch was auswählen, ja. Ne, okay, cool. Ähm, ja, freut mich. Freut mich, dass ich das überlebt habe. So, okay. Ähm, das nächste Kapitel, das machen wir in der nächsten Folge, ja. Also, das beginnen wir in der nächsten Folge. Aber hier der Motorsägenfuzzi, das ist ja... So langsam müsste deine Motorsäge doch gar nicht mehr... Guck mal, wie, wie, wie verschmuddelt die ist. Bäh! Na gut, egal. Bis zur nächsten Folge. Bis... 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 Bis...